Heidmann! Nächsten Freitag sollten Sie keinen empfindlichen Magen haben. Was wäre denn heute zu empfehlen? Ich meine, außer Fisch. Bistik Tata! Durch von unterbrechen? Gut, ich komme. Mehrere Leute sind ja krank, die gestern Abend bei uns gegessen haben. Ja, ja. Unter anderem mein Vater. Er sagt doch gleich, dass ich ihn vergiftet habe. Alter! Was ist denn mit dir? Wie geht's meinem Vater? Wir machen uns Sorgen, ja dein schwaches Herz. Der Landarzt. Beefsteak Tata. Am nächsten Freitag 19.25 Uhr im ZDF. Der Landarzt wurde Ihnen präsentiert vom ZDF und Nestle LC1, dem Quark zur Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte. Meine Damen und Herren, Ihre Aufmerksamkeit und Hilfe ist jetzt wieder gefragt, bei einer neuen Ausgabe von Aktenzeichen XY ungelöst. Dazu begrüßen wir die Zuschauer in Österreich, der Schweiz und in allen anderen Ländern, in denen unsere Sendung empfangen wird. In Zusammenarbeit mit der Polizei berichtet Butz Peters über ungeklärte Kriminalfälle. Ihre sachdienlichen Hinweise nehmen wie immer alle Polizeidienststellen oder unsere Aufnahmestudios in München, Wien und Zürich entgegen. Die Aufnahmest Garden Die Aufnahmestudios in München